Liga-Total Cup, zweites Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und dem SV Werder Bremen. Gesucht wird der Finalgegner von Borussia Dortmund, das sich im ersten Halbfinale knapp mit 1 zu 0 gegen den Gastgeber Hamburger SV durchgesetzt hat. Die Bayern unter anderem wieder mit Luis Gustavo als Linksverteidiger, aber noch ohne Schweinsteiger und Ribéry, beide zunächst auf der Bank. Sechste Spielminute, Werder Bremen mit der ersten Möglichkeit, Gebre Selassie der Tscheche, Neuzugang beim SV Werder Bremen, hat die Chance, aber bringt den Ball nicht im Bayern-Tor runter. Sechs Minuten später, wieder der SV Werder Bremen, wieder über die rechte Seite, Clemens Fritz zu Petersen und Nils Petersen mit der Führung für Bremen. Unglückliche Abwehr von Boateng und dann kommt der Ball zu Nils Petersen, den man ja gut kennt beim FC Bayern München und der lässt sich diese Chancen nicht nehmen. 1 zu 0 nach 12 Minuten, danach aber die Bayern immer stärker ins Spiel kommen. Shaqiri, Shaqiri von der Strafraumgrenze, gute Möglichkeit zum Ausgleich. Militz hatte die Fingerspitzen noch dran bei diesem Schuss des Schweizers. Nicht später, 22. Minute, der Druck der Bayern wurde immer größer. Luis Gustavo setzt sich energisch durch gegen Arnautovic. Die Flanke nach innen, etwas zu ungenau, aber eine weitere gute Möglichkeit für den Rekordmeister zum Ausgleich zu kommen. Die 24. Minute, Robben auf Müller, der auf Gones, der bringt den Ball dran, für uns aber die Szene bereits abgegriffen. Der Schiedsrichterassistent hatte zu Recht, wie man hier sieht, die Fahne oben, Müller knapp im Absatz. 27. Minute, wieder Robben, Gomez, Robben und der sieht Cerdan Shaqiri und der macht das 1 zu 1. Hochverdient der Ausgleich für den FC Bayern München. Durch Neuzugang Cerdan Shaqiri, traumhaft herausgespielt, das 1 zu 1 mit dem es dann auch in die Halbzeit ging. Doppelwechsel beim FC Bayern München zur Halbzeit. Bastian Schweinsteiger kam für Emre Can und Franck Ribéry für den Torschützen Cerdan Shaqiri. Dann tat sich lange Zeit nichts, bis zur 43. Minute. Eke Junuzovic, neuer Wert ab und da ist der bei Bremen neu ins Spiel gekommenen Niklas Vülkrog. Die Führung wieder für den SV Werder Bremen. Die Hintermannschaft der Bayern nicht wirklich souverän wirkend und der erst 19-jährige Vülkrog für Petersen ins Spiel gekommen, bringt seine Mannschaft abermals in Führung. Fünf Minuten später, die Bayern, Flanke von Müller auf Arjen Robben, aber der kommt nicht heran. Die Bayern drückten auf den Ausgleich und hatten ihre Chancen. Müller mal über links, Robben versucht es mit rechts, das ging daneben. 52. Minute, Freistoß Bremen und Sokratis fasst mit dem 3 zu 1, das wäre natürlich die Entscheidung gewesen. Glück in dieser Situation für den FC Bayern München. Noch zwei Minuten zu spielen, Spielzeit im Liga-Totalkup, ja zweimal 30 Minuten. Noch einmal die Bayern. Müller, prima Pass auf Robben, der setzt sich gut durch, zieht nach innen, kommt zu Fall. Aber der Schützrichter sagt, kein Foul von Sokratis. Wir schauen uns das nochmal an. Nein, dafür gibt es keinen Elfenmeter. Die letzte Spielminute, Toni Kroos auf Müller, zurückkommt der Ball zu Toni Kroos und er erzielt den Ausgleich 2 zu 2. Wenige Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit und das bedeutet, es geht direkt ins Elfmeterschießen. Kroos mit dem Treffer. Die Vorbereitung auf das Elfmeterschießen. Und Mehmet Ekitschi war der Erste, der antrat für den SV Werder Bremen und er lässt Manuel Neuer keine Chance. Mario Mandzukic, der erste Schütze für den FC Bayern.